Track 17 Shorts Nummer 17 Am 22. März, also in knapp zwei Wochen, erscheint das neue, das sechste Album, die nach Zellweise der amerikanischen Musikerin, Komponistin und Produzentin Julia Holter und wird großes Thema in der nächsten Review-Folge von Melanie und mir hier bei Track 17 sein. Und weil Holter zu den faszinierendsten aktiven MusikerInnen gehört und es so viel über ihre bisherige Karriere zu sprechen gibt, das aber in der normalen Folge eigentlich gar keinen Platz hat und weil wir in unserem Podcast bislang noch nie wirklich die Gelegenheit hatten, über ihre Musik zu sprechen, weil das entweder vor dem Podcast herausgekommen ist oder in der Pause oder es irgendwie die Möglichkeit nicht gab, gibt es heute eine eigene Shorts zu ihrer Musik bis zu ihrem neuen Album, was dann eben in der nächsten regulären Review-Folge von Track 17 besprochen wird. Track 17, der Podcast, der euch jeden Monat die beste neue Musik empfiehlt, sie vorstellt und bespricht und den ihr natürlich über steadyhq.com Track 17 Podcast unterstützen könnt, wenn ihr möchtet, dass unabhängiger Musikjournalismus in Audioform seinen Platz haben soll. Ein weiterer Grund für diese Folge ist übrigens, dass Julia Holter die eine Antwort ist, die mir in unserem letzten Feature nicht einfiel, als Melanie und ich über diesen perfekten Drei-Alben-Streak gesprochen haben, denn Tragedy, Ecstasis und Loud City Song, das ist so aus vielerlei Gründen so eine bemerkenswerte Folge an Alben, die so in Windeseile eine bemerkenswerte musikalische Entwicklung veranschaulichen, aber dabei ja diesen musikalischen Kern ihrer Musik nie ignorieren und man trotzdem immer wieder feststellen kann, okay, das ist Julia Holter und das ist eine sehr aufregende Entwicklung gewesen innerhalb von insgesamt ja nur zwei Jahren. Die Musik wurde ja auch teilweise parallel komponiert und geschrieben, hat dann aber auf den jeweiligen Platten ihren Platz gefunden, weil es dann eben zu diesem Schritt ihrer Entwicklung gepasst hat. Ja, und was macht Julia Holter für Musik? Also ich finde, das ist auf eine Art eine Geisterbahn mit Dresscode, die durch einen verwunschenen Wild cruist. Sie ist auch gleichzeitig Vorreiterin des Track-17-Genres Andere Musik, eine Frau, die philosophische und literarische Themen in Sounds kleidet, die sich je nach Alben so zwischen Ambient, Artpop, Avantgarde und Kammermusik bewegen und wenn das ganze Kammermusik sein darf, dann gibt es in dieser Kammer keine Gravitation, dann schweben wir alle durch einen sehr, sehr schiefen und unwirklichen und kaum zu definierenden Raum, der aber dann dennoch irgendwie mit Watte ausgekleidet wurde. Sie benutzt gerade zu Beginn ihrer Karriere sehr abstrakte elektronische Musik, verbindet insgesamt akustische wie elektronische Instrumente und erzählt zusammen mit ihrer sehr schönen Stimme Geschichten aus einer nie so ganz greifbaren Welt. Im Laufe der Jahre öffnet sie sich zwar noch stärker die Melodien und dem, was man Songs nennen dürfte, nur um dann auf ihrer ganz neuen Platte einen Weg zurück zu den Anfängen zu wählen, was sehr, sehr aufregend ist. Dazu dann aber in knapp zwei Wochen mehr. Julia Holter wurde 1984 in Milwaukee geboren. Sie begann ihre musikalische Karriere mit dem Studium von Kompositionen an der University of Michigan und erlangte später einen Masterabschluss in elektroakustischer Musikkomposition an der California Institute of the Arts und hat 2007 zum ersten Mal Musik veröffentlicht. Das experimentelle Elektronika-Album Federal Runs to Russia wurde ja auf CDRs im Selbstvertrieb sozusagen hergestellt und eher, naja, gebastelt vielleicht und verteilt. Und laut Discogs besitzen diese CD sage und schreibe drei Menschen. Zuletzt bzw. das einzige Mal verkauft wurde das gute Stück vor sechs Jahren für, weiß ich nicht, über 170 Euro. Ja, Songs daraus hat sie für spätere, in Quote-unquote echte Alben dann neu aufgenommen und überarbeitet und, naja, so ihre 2010 veröffentlichte Live-Kassette ist aktuell so die einzige Möglichkeit, einige der Songs hier so wirklich zu hören. Also so richtig weiß keiner, was mit diesem Ding eigentlich ist, wo das rumliegen soll, wie viel es gab und wer das so hat. Und sie selbst hat auch danach niemals wirklich mehr davon gesprochen. Tragedy 2011 Ja, das 2011 veröffentlichte Tragedy, inspiriert durch Euripedes-Tragödie der begrenzte Hippolytus, stapelt unkenntlich gemachte Vocals, Field Recordings und, ja, dronige Ambient-Musik, um eine Platte entstehen zu lassen, die, würde ich sagen, zugleich sehr karg klingt und dann doch total dicht. Unheimlich, vielleicht, wunderschön, definitiv. Also im wirklich klassischen Sinne andere Musik. Heute ist Musik, also gerade auf Tragedy, das erinnert mich zwar auch immer so wieder an diese wirren Welten von Künstlerinnen wie Monk oder Anderson, die halt immer wieder auch genannt wurden in den Reviews, aber ich finde, hier zeigt sich schon sehr, sehr eindeutig, was für eine singuläre Erscheinung sie eigentlich in der modernen Avantgarde-Musik ist und dass sie auch viel mit Leuten wie Laurel Halo rumhingen und irgendwie da aus der Welt kommt und so Musik gemacht hat, etc., etc. Also dieses Album ist wirklich sehr, sehr strange und sehr, sehr schön. Also das rattert und klappert in Songs wie Try to Make Yourself a Work of Art. Es huscht aber auch durch den so droning Nebel in Songs wie The Falling Age, das mit Sicherheit allen Leuten gefallen sollte, die Basinski's Disintegration Loops so als Weckton eingestellt haben oder den Twin Peaks Soundtrack unter jedes verdammte TikTok von sich klemmen müssen und stellt einfach Fragen, mit denen es dich alleine lässt. Vielleicht ist es aber auch gar nicht schlimm, keine Antwort darauf zu haben, denn es ist einfach toll, wenn Kunst entsteht, fast aus dem Nichts zumindest, dann für mich als Rezipienten da oder für mich als Musikhörer zu einem bestimmten Zeitpunkt und ich überhaupt nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Es ist mich aber wahnsinnig fasziniert und man sich da so ein bisschen hinter klemmt und dann feststellt, okay, da ist was, ich muss da dranbleiben. Und sobald ich das Gefühl hatte, okay, ich bin da jetzt dran und ich bin so halbwegs durchgestiegen, kommt schon das nächste Album. Ekstasis 2012 Der Begriff zugänglich oder zugänglich her kann nicht im Vakuum überleben. Er kann nicht im referenzfreien Raum vor sich hin werkeln und selbstsicher in einer Rezension herumstromern. Er muss wissen, wo er sich befindet und wie er im Verhältnis zu dem steht, über das eben vorher gesprochen wurde. Also wer sagt Ekstasis, dass nur knapp ein halbes Jahr nach Tragedy veröffentlichtes zweiter Album von Julia Holter sei zugänglicher, der kann das behaupten, aber der kann das nur behaupten, wenn er Tragedy als Referenz heranzieht. Er wächst auf dem Boden von Tragedy, nur noch Asche, er pflanzt Ekstasis immerhin ein kleines Blümchen ein. Artpop ist das, hinreißender Artpop, überfordernder manchmal, aber auch eigentlich nur bildschöner Artpop. Das ist so Pop 2.0, das ist von mir aus Leftfield, Art, Avantgarde, was auch immer davor soll, könnt ihr euch aussuchen. Das ist so free-jazzig denkender, folk-atmender Dream-Pop, der weiß, wo er herkommt. Diesen spooky Hall, dieses manchmal abseitige, diese gespenstische Grundstimmung der Musik, die umarmt sie weiter und klammert sie weiter fest. Erlaubt ist den Songs aber auch mal tief ein- und auszuatmen. Ich meine, so auf dem Opener Marienbad schichtet sie ihre Stimme nach eigenen Aussagen irgendwie gleich 30-fach. Ein Song wie Four Gardens buchstabiert danach Pop einfach nochmal neu. Also ich finde das schon ziemlich krass. Also heute das Stimme, die formt sich auf Ekstasis nochmal neu zu Melodien, wird nicht nur so als heilgebendes Instrument zweckentfremdet. Und ja, wie gesagt, auch wenn hier so ein erstes zärtlich ist, zartes Pflänzchen wächst, muss es sich aber eingestehen, dass es hier allein auf weiter Flur ist. Und dann würde ich auf jeden Fall noch gerne über Our Sorrows sprechen, denn das verdient eine extra Erwähnung. Also das Stück ist vielleicht, ganz vielleicht die schönste Musik, die Julia Holter je geschrieben hat. Also mich versetzt der Song in einen, ja, Berliner Sommer des Jahres 2012, den ich nicht missen möchte. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal besser geht als auf Tragedy. Und dann, ein Jahr später, wurde es das dann einfach nochmal besser als Ekstasis. Loud City Song 2013 Mit dem Wechsel zu Domino, also ein Major unter den Indies, kommt insgesamt mal wieder mehr Kohle, es kommt noch mehr Spielraum. Es kommt jetzt auch mal der Wunsch, mit anderen Musikerinnen zusammenzuarbeiten und den nutzt sie. Also ihre alten Sachen klingen, ja, umstands- und budgetbedingt, wie sie klingen, und nicht unbedingt, weil sie es so gewollt hat. Also hätte sie damals die Möglichkeiten von heute gehabt, wir hätten vielleicht dann eben damals mit den ersten Mal in Platten auch schon eine andere Tragödie auf den Plattenteller gelegt bekommen. Also eine bewusste Entscheidung oder Hingabe zum Lo-Fi hat es vielleicht nie gegeben, finde ich aber ganz interessant, immer darüber nachzudenken, unter welchen Umständen die Musik dann jeweils entsteht. Ist es eben wirklich nur der Umstand selbst oder ist es auch eine bewusste Entscheidung? Und mit Loud City Song stellt sich dann so nur zwei Jahre nach Tragedy ein, okay, es war eher so der Umstand, dass, ja, so dieses ganze, sag ich mal, konstruierte Gewese um dieses avantgardistische Schubladendenken und diese ganzen Etiketten, dass sie das so ein bisschen als die heiße Luft wahrnimmt, die es vielleicht auch ist. Also, ich meine, wer will schon wem erklären müssen, mit welchem Ansatz man welche Kunst anzugehen hat. Und auch hier ist wieder dieses Thema Zugänglichkeit relevant auf eine Art, also zumindest eine Referenz zu den Vorgängern. Klar, im Vergleich zur Ekstasis, was wiederum im Vergleich zur Tragedy zugänglicher war, soll also heißen, wer sich nach mehr Songs sehnte, wurde hier bedient. Aber das Wort Pop versteckt in seinen drei Buchstaben immer noch so viel absurden Kram und bietet immer noch so viel Stauraum für so Far-Out-Träumerei. Ich bin wahnsinnig großer Fan des Chorus alleine, meines Lieblings Horns Surrounding Me. Bis zur letzten Silbe wird da eine Melodie gesucht, die sich dann aber instant in so einen Ohrwurm verwandelt, der daneben bleiben darf. Überhaupt eine ganz spannende Geschichte, wie der Song entstanden ist, dass sie eben Field-Recordings nimmt von sich, von einer Freundin, wie sie aufnahm, wie Holter davon lief. Dieses schwere Atmen, all das, was man in dem Track hört. Diese angsterfüllte Gesang, mit dem sie versucht hat, wie ein ängstlicher Typ zu klingen. Und diese leicht bedrohliche Stimmung durch die herannahenden und alles überladenen Bläser, die so eine sound-klaustrophobische Atmosphäre aufbauen sollen. Das funktioniert und zwar sehr, 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 sehr gut. Gut, ebenso dieser Spooky Closer, City Appearing, Hello Stranger oder beide Versionen von Maxim, besonders Teil 2, einfach alleine durch das Saxophon, die so ein bisschen eben das fortsetzen, was die Goddess-Eyes-Songs auf den Vorgängern so veranstaltet haben. Und ja, Musik ändert sich mit den Möglichkeiten, mit dem Label, mit dem Geld, mit dem Wunsch, nicht immer wieder das Gleiche zu machen. Und das ist das, was mir oft einfällt, wenn ich enttäuscht darüber bin oder wenn andere Leute enttäuscht davon sind. Besser gesagt, dass Leute eben andere Musik machen. Sie wollen mehr Möglichkeiten, mehr Optionen, vor allem nicht zehn Jahre das Gleiche. Und dann, ja, passiert mir das aber auch. Zwei Jahre später war dann wiederum ich enttäuscht, dass Julia Holter nicht nochmal das Gleiche gemacht hat, wie auf Lord's City Song, Extasis und Tragedy, so unterschiedlich das auch war. Have You In My Wilderness 2015 Und das Konzept der vierten Platte ist es eigentlich kein Konzept zu haben. Also es weht ein Wind durchs Haar und das Hemd, es scheint die Sonne. Frühling und Sommer reichen sich die Hand. Und Julia Holter ließ erst so langsam Melodien in ihre Musik und jetzt kommt noch das Licht dazu. Damals hatte ich so ein bisschen Angst vor dem Album, weil mir das alles zu offen wirkte, zu einladend, zu freundlich. Und ich das Gefühl hatte, okay, diese Art von Musik, das können andere schon ganz gut, aber dein Talent liegt woanders. Und hab mich da ein bisschen gegen gewehrt und hab dann im Laufe der Jahre immer mal wieder es mit der Platte versucht und immer mal wieder reingehört. Und irgendwann hat es dann geklappt. Also irgendwann ist mir diese Platte dann doch nahe gekommen. Also so mehr als acht Jahre später. Es gibt in Teilen noch diesen alten Eindruck, aber sorry, ich meine alleine in Songs wie A Sea Calls Me Home oder How Long, wie schön die sind. Und dass man dann auch merkt, okay, die können nur von ihr kommen. Wenn es euch da wie mir ging, gibt dem Album noch eine Chance. Also dieser Seventies-Infused-Dream-Softpop, der sich den Hall abschält, die Fragezeichen abbaut und den Sommer durchs Fenster lässt. Ist aber trotz aller Offenheit noch immer ganz klar ein Julia Holter-Album. Aviary 2018 Die Brücke zu Album 5 schlägt ein hübsches Live-Album, dann steht Aviary vor der Tür und ist so als 90-minütiges Mammut-Album der erwartet schwere Brocken. Hier geht das Licht erst recht an, aber willst du überhaupt sehen, was sich hinter der Dunkelheit befindet? Könnte man denken, wenn man das aufgeladene chaotische Noise-Intro hört. Überhaupt sprach sie viel von Kakophonie im Vorfeld des Albums, vom undefinierbaren Grundrauschen des Lebens, vom Noise, der uns umgibt. Sie sprach von Erinnerungen, wie sie uns prägen, vor allem in einer Zeit, in der wir nicht immer alles aufnehmen oder auch nur notieren konnten. Zum Beispiel im Mittelalter, wie wir damit umgehen und wie Erinnerungen unsere Identität definieren. Und ich mag an Aviary, dass es nicht nur aufgrund seiner Länge wieder etwas unfreundlicher ist. Wie gesagt, das Album geht 90 Minuten. Es ist etwas herausfordernder wieder. Streicher, Beats, Pianos, theatralisches Chaos, die zahllosen Referenzen, die sie da heraufbeschwört lassen, auch etwas sehr, sehr Zeitloses entstehen, etwas sehr Wundervolles. Und deshalb ist Aviary definitiv ein sehr, sehr empfehlenswertes Album. Und ja, es fiel so ein bisschen in die Zeit Ende 2018, da haben wir gerade keine Folge aufgenommen, sonst hätten wir damals auch darüber gesprochen. Dementsprechend wird das nächste Album von Julia Holter, denn danach kam erst mal keins mehr. Es gab ein paar Soundtrack- oder Scorearbeiten und jetzt erscheint eben Something in the Room, She Moves, am 22. März. Und auch dann erscheint unsere neue Folge und dann werden wir über dieses Album sprechen. Julia Holter, mich würde auch interessieren, was findet ihr von ihr am besten? Wie steht ihr zu ihrer Musik? Also für mich eine wirklich rasend faszinierende Musikerin mit einer perfekten Album-Trilogie zum Start und einem ziemlichen Brocken zuletzt. Melda und ich werden dann, wie gesagt, das neue Album besprechen, in der nächsten Review-Folge von Track17. Seid dabei und abonniert deshalb schon mal die Playlist. Dort gibt es übrigens auch jetzt jeweils einen Song jeder Platte. Zusätzlich zu dieser Shorts-Folge und allen anderen Folgen, abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Und schaut mal vorbei auf stadiaq.com slash track17podcast. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.